Das ist es. Jetzt rücken wir die Geschichte gerade. Setzen Sie das ZMG an der Singularität ein, um einen Riss nach 1955 zu öffnen. Zerstören Sie dann den Reaktor mit der E-99-Bombe. Sobald die Singularität zerstört ist, kehrt sich die Geschichte wieder um. Gehen Sie, Captain. Und viel Glück. Da ist jemand in der Kamer. Unmöglich. Oh Gott, Sie haben recht. Schnell, die Tür auf. Raus hier. Sofort raus hier. Weiß er durch die Erinnerung, Captain. Sie sehen überrascht aus. All diese Anstrengungen, um die Singularität zu zerstören, dabei musste ich sie nur neu erschaffen. Jetzt geben Sie mir das ZMG. Wir haben etwas übersehen, aber das finden wir heraus. Wir bekommen das in... Nur Sieger schreiben die Geschichtsbücher. Sie haben verloren. Nur Sieger schreiben die Geschichtsbücher. Das ist es. Die Singularität ist nicht das Problem. Sie sind in die Vergangenheit gereist und haben Demichev vor dem Feuer gerettet. Erinnern Sie sich? Was ist das? Und versagt. Erinnern Sie sich nicht, wer noch da war, Käpt'n Renko. Renko, stopp! Der Mitschiff darf nicht! Der andere Mann waren Sie. Das stimmt, Käpt'n. Sie sind die Anomalie. Natürlich ist der einzige Weg, die Zeitachse zu korrigieren. Sie müssen sich selbst aufhalten. Sich selbst töten? Sie verlangen von einem Mann, sich für Ihre Fehler zu opfern? Wie oft noch? Ich bezweifle, dass Sie eine verlässliche Autorität sind. Renko, hören Sie nicht auf ihn! Sie können die Welt retten! Sagen Sie. Aber, Käpt'n, denken Sie nach, was Sie vor dem Ganzen hier waren. Eine Drohne im Schwarm. Ich kann Ihnen ein ganz anderes Leben bieten. Sie könnten alles haben, was Sie sich vorstellen. Geben Sie mir das ZMG. Und helfen Sie, die Welt zu regieren. Ist das eine Welt, an der Sie teilhaben wollen, Renko? Sehen Sie nicht das ganze Leid, das dieser Mann verursacht hat? Kein visionärer Führer ist ohne Kritiker. Renko, er ist kein Führer. Er ist ein Massenmörder, ein Diktator. Sie müssen ihn aufhalten, um jeden Preis. Benutzen Sie das ZMG an der Singularität. Reisen Sie zurück und töten Sie sich. Also, das klingt ja wirklich nach einem attraktiven Angebot. Oder Sie beweisen mir Ihre Loyalität, indem Sie Barisov töten. Dann gebe ich Ihnen unendliche Macht. Ihre Wahl, Käpt'n. Nein, Käpt'n! Gut gemacht, Käpt'n Renko. Ich sehe, Sie haben das Zeug zum Weltherrscher. Kanzler Demetschew ist der einzige Überlebende von Katar Gatzwölf. Barisov wird aus sämtlichen Berichten gestrichen. Mit dem ZMG können Sie und Demetschew die Singularität jetzt kontrollieren. Katar Gatzwölf wird zum Angelpunkt von Demetschews letztem Schlag, um den verbleibenden Widerstand gegen seine Führung auszumerzen. Als Militärkommandant machen Sie aus Demetschews Streitkräften eine unaufhaltsame Kriegsmaschine. Sie trainieren sogar einige der Inselkreaturen für den Kampf. Sie setzen sie als erste Angriffswelle in allen großen Schlachten ein. Millionen werden zur Sklavenarbeit gezwungen. Mit der vollen Macht der Singularität und Ihnen als Kopf des Militärs werden alle Widerstandsläster weltweit ausgelöscht. Bei mir zwölf gibt es zuerst Probleme, aber mit dem ZMG auf Ihrer Seite haben Sie keine Chance. In den folgenden Jahren kommt es zu Spannungen bei der herrschenden Diktatur Russlands. Durch Ihr Wissen über moderne Waffentechnologie und die Kontrolle über das ZMG gewinnen Sie Unterstützer. Manche halten Sie für mächtiger als Kanzler Demetschew selbst. Demetschew erkennt das und startet in den ehemaligen Vereinigten Staaten ein geheimes Waffenentwicklungsprogramm. Es gibt sogar Gerüchte, dass er ein eigenes ZMG gebaut hat. Ein Konflikt scheint unausweichlich, da die Welt sich wieder inmitten eines kalten Krieges zweier Supermächte befindet. Ein Konflikt scheint eineusweich, da die Welt sich immer an, die Menschen gründen die Welt nach der Welt gibt. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah.